Ja, von der EU in ihrer jetzigen Form und Funktion hält man bei der AfD so gar nichts. Die Partei sieht die Europäische Union als ein gescheitertes Projekt, fordert eine Neugründung und das beschloss man dann auch einstimmig in dem Programm zur Europawahl 24 auf dem Parteitag in Magdeburg. Ja, das bedeutet eine radikale Abkehr von der Europäischen Union, wie sie Deutschland ja mitgründete und seit Jahrzehnten auch mitgestaltet hat. Und damit setzte sich vor allem Co-Chefin Weidel gegen den rechtsideologischen Kurs von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke durch. In einer aktuellen Umfrage scheint das weitere Hoch der Partei nun erst einmal beendet. Mehr von Achim Unser. Eigentlich hält auch der Spitzenkandidat für die Europawahl nichts von der EU. Doch die Radikalität à la Björn Höcke, der sagt, die EU muss sterben, könnte Wählerstimmen kosten. Deshalb will die AfD die EU nun als Staatenbund neu gründen. Das klingt harmloser. Die EU in ihrer heutigen Form, mit der heutigen Politik, ist für Deutschland schädlich. Wir müssen also es schaffen, dass die Europapolitik der Zukunft anders ist als jetzt. Und das bedeutet, es werden gewisse Teile der heutigen EU einfach abgeschafft werden müssen und andere werden überführt werden. Dass Deutschland als Exportnation ganz besonders vom EU-Binnenmarkt profitiert und Handelshemmnisse bei einer Auflösung den deutschen Wohlstand gefährden, lässt die AfD nicht als Argument gelten. Nur noch Nationalstaat geht aber irgendwie auch nicht. So klingt die eigene Verortung auf der politischen Weltbühne dann doch wieder recht europäisch. Wir sollten uns als Europa klar definieren und wir sollten vor allen Dingen unsere eigenen Interessen als Europa klar definieren. Denn die sind andere als Amerika und wir haben auch andere Interessen als Russland. CSU-Chef Söder fordert keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD und warnt vor deren Europaprogramm. Eine Kooperation mit der AfD kommt egal wo nicht in Frage. Die AfD ist eine radikale Partei. Die AfD will raus aus der Europäischen Union. Höcke sagt, die EU muss sterben. Und sie möchten im Prinzip raus aus der NATO. Die Abkehr von der NATO. Diese Forderung kam beim AfD-Parteitag aus dem Höcke-Lager. Diesmal konnte sie von der Parteispitze noch abgewehrt werden. Doch für die gefundenen Kompromisse war angeblich eine Nachtsitzung notwendig. die AfD-Parteitag aus dem Höcke-Lager.